Ja, herzlich willkommen zu einer Folge Fischkopp TV. Hier ist der Fischkopp und wir spielen weiter Ender Games auf dem GOMM-HD-Server. Ihr könnt uns in der Beschreibung nachgucken, wo man da reinkommt mit einer IP. Die kann man sich einfach aufschreiben oder kopieren und dann bei Minecraft reintun und dann kann man hier auf diesen Server gehen. Und los geht's, Freunde. Ihr habt ja in der letzten Folge gesehen, ich hab Bock. Ich hab Bock, aber irgendwie fehlt mir noch ein bisschen ein Skill. Letzte Folge haben wir gesch... Oh, 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 Diamanten und was zu essen. Wir haben richtig viel zu essen. Das ist mal eine richtig geile Anfangshand. Wenn ich Haarstone spielen würde, würde ich jetzt genau das sagen. Letzte Folge haben wir mit Ungespielt gespielt. Echt mit Ungespielt gespielt? Also gegen ihn. Leider bin ich unter die ersten fünf oder sechs gekommen, aber weiter nicht. Insofern war die Freude dann so mittel. Und ich hab dann noch zu Ende geguckt und er ist zweiter geworden. Ganz krasses, ganz, ganz krasses Battle-Match haben sie sich da geliefert. Das war sehr aufregend. Äh, ich brauche Holz. Fällt mir gerade auf. Denn ich kann schon Sachen machen. Ich kann schon Sachen machen. Hab ich einen Bogen? Ne. Ich habe keinen Bogen. Ich brauche Holz. Ich brauche Holz. Ich könnte mich wegenderperlen, falls es hier irgendwie gefährlich werden sollte. Jetzt ist die Frage, baut man sich eher ein Schwert? Wir haben ziemlich viel cooles Zeug, ne? Äh, Stickies. So. Eher ein Schwert oder eher ein Rüstungsteil? Ich würde sagen, ein Rüstungsteil. Und zwar ein Helmchen. So. Und jetzt versuchen wir das noch mitzunehmen hier. Oh oh. Oh oh. Okay. Ich habe überlebt. Den da könnten wir uns holen. Falls der uns nicht bemerkt. Er hat uns, glaube ich, bemerkt. Das ist nicht gut. Ja. Bleib stehen. Bleib stehen, du Sau. Bleib stehen. Ich kriege dich ja eh. Dich in deinen komischen Blümchen, äh, Herzchenboxer-Shorts. Ah, hast du Angst? Hast du Angst? Zu Recht. Zu Recht. Recht. Na, komm. Komm. Oh, soll ich eine Ender-Pelle dafür aufbrauchen? Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, nein. Ach, komm schon. Dieser Lag immer, wo man denkt, man hat ihn. Aber dann kriegt man ihn doch nicht. Sollen wir doch eine Ender-Pelle benutzen? Ich weiß es nicht. Wir sind hart im Vorteil. Wir können ihn auch laufen lassen. Einfach mal so eine Kiste hier nehmen. Oh, Diamantos, Lossos, Calerante. Okay, wir brauchen eine Workbench. Wir brauchen eine Workbench. Wir brauchen eine Workbench. Oh. Ich habe 200 Coins. Was? Wurde von Fischkopf getötet? Wie denn? Wie denn? Verstehe ich nicht. Irgendwer ist da gerade gestorben. Durch mich. Vielleicht ist er irgendwo runtergefallen. Das zählt dann oder so. Weiß ich nicht. Okay, wir haben drei Ender-Pellen, Leute. Wir haben drei Ender-Pellen. Oh, wir haben eine Workbench. Habe ich mich irgendwie verguckt? Okay. Dann los geht's. Hier noch zack, zack, Schüchen. Und, ach so, was ich ja eigentlich bauen wollte, war was ganz viel Wichtigeres. Yes. Okay, Freunde. Wir sind im Spiel. Wir sind im Spiel. Lass uns mal was essen, bitte. Ich dachte, ich habe so viel Essen, aber das stimmt gar nicht. Nur so ein bisschen Essen. Und ein Bogen wäre auch nicht schlecht. Und den können wir jetzt kriegen, Leute. Den können wir jetzt kriegen. Wenn der jetzt nicht aufpasst. Oh nein. Aber dann können wir den hier kriegen. Na, komm schon. Komm schon. Oh, jetzt läuft er auch noch weg, oder was? Bleib stehen, Digga. Ich will doch auch mal Erfolge erzielen hier bei diesem komischen Spiel. Hat er Angst. Angst hat er. Wieso kann ich den denn nicht treffen? Ist das ein Cheater-Hacker? Was ist denn da los? Ja, ja, ja. Endlich. Noch mehr Pfeile. Noch mehr Pfeile. Und kein Bogen. Das ist traurig. Und wir brauchen ein bisschen wenig Essen, Leute. Ein bisschen wenig Essen. Die Axt hier braucht keine Sau. Oder brauchen wir Holz? Oh, shit. Okay, ganz ruhig bleiben. Wieso labbert das hier so? Lappert? Was ist denn das für ein Wort? Lappert. Das gibt es doch gar nicht. Okay, hier noch ein bisschen Fleisch mitnehmen. Komm her. Komm her. Kiste. 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 Au. Oh. Noch mehr Pfeile. Und immer noch kein Bogen. Und sau viele von diesen lustigen Enderperlen hier. Okay, da können wir uns hier quasi jetzt austoben mit. Uh. Ist das denn noch eine Kiste? Jo. Enderperlen. Bogen. Yes. Und Lava und Brötchen. Und noch ein paar Brötchen, du. Wo ist das nächste? 47, 74 Blöcke. Okay. Und Rüstung. Und Rüstung. Und das muss schneller gehen. Das muss schneller gehen. Äh, Hose. Geht nicht. Ich wollte es jetzt schnell machen. Aber es sieht schon mal gut aus, Freunde. Es sieht schon mal sehr gut aus. Äh. Es sah ja häufiger schon gut aus. Und es ist dann nochmal schief gelaufen. Deswegen freu dich nicht, bevor der Abend. Oh, da ist ein Riesenturm. Da ist ein Riesenturm. Wir haben noch sieben Leute. Oh. Vier Diamanten. Was bedeutet das für uns? Ich muss hier ganz viel mit Schiff, glaube ich, laufen. Dass ich da nicht schon in diesem Turm runterfalle. Da ist noch so ein Turm. Diese Schweine. Wir essen mal ein Karöttchen. Und dann holen wir uns den da hinten. Okay. Lauf. 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 Nein. 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 Doch. Ja. Nein. Alter. Jetzt stirb doch. Alter. Nein. Oh. Leck. 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 Weil es halt leckt. Komm, 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 komm. Ab in die Hülle hier. Den holen wir uns. Den holen wir uns. Den holen wir uns. Yeah. Nice. Okay. Was machen wir jetzt? Wir könnten uns... Was machen wir jetzt? Ah. Wasser. Wasser ist wichtig. Ah. Okay. Was wir nicht brauchen, ist sowas hier. Was wir noch nicht brauchen? Wo ist der nächste Spieler? 200 Blöcke. Wir können also aussortieren. Ähm. Das hier brauche ich nicht. Das hier brauche ich nicht. Das hier brauche ich nicht. Ähm. Was brauche ich noch nicht? Wir haben 15 Diamanten. Wir haben 15 fucking... Oh, wir haben... Wir haben noch. Wir haben noch. Wir haben noch hier eine Workbench. Haben wir noch. Haben wir noch. Haben wir noch. 15 Diamanten. Oh mein Gott. Dann brauchen wir uns erstmal eine Hose. Und was noch? Was noch? Äh. 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 Ein Helm. Alter. Zack. Zack. Okay. Das ist das erstmal alles, was wir machen können. Oh. Wollen wir volles Leben? Ja. Wir haben auch noch was zu essen? Ja. Okay. Cool bleiben. Hier ist jemand gestorben. Wir könnten irgendwas mit Lava anstellen. Wir könnten. Okay. Wo ist der nächste Spieler? Da. Wie viele, äh. Wie viele Pfeile haben wir noch? Komm schon, lauf, Baby. Den kriegen wir. Den kriegen wir nix. Oh yeah. So läuft das hier bei uns. Den holen wir uns. Wenn wir sehen, wo der ist, dann können wir uns da... Oh. Ja. So läuft das hier, mein Freund. Komm her. Yeah. Noch drei verbleibende Leute. Wir sind unter den letzten dreien. Ach. Ne, vier. Okay. Aber ich finde das schon cool genug. Brauchen wir hier noch was eigentlich? Ne, ne? Wir haben eigentlich genug Zeug. Wir haben eigentlich genug Zeug. Wo ist der nächste Spieler? Äh. Warte mal. Wir müssen uns unbedingt Wasser hier in die Hotbar ziehen. Äh. Pff. Wer braucht denn hier so... Wir müssen hier... Oh. Oh. Okay. Konzentration. 194 Blöcke. Äh. Dann machen wir nochmal hier ein bisschen Sortierung, Leute. Das muss hier mal ein bisschen besser laufen. Äh. Das hier weg. Das hier weg. Das hier weg. Obwohl. Vielleicht können wir da irgendwas Falliges draus machen. Äh. Da oben sitzt einer auf dem Turm. Den würde ich doch gerne runterholen, du. Den würde ich doch gerne runterholen. Komm. Pff. Donk. Wo ist der Turm? Und wenn wir da runterfallen, können wir immer noch so eine Perle werfen. Und überleben dann. Ist das geil? Na komm, Freundchen. Sitzt der da oben noch? Nee, ne? Der ist doch gar nicht mehr. Okay. 107 Blöcke. 107 Blöcke. Wie viele Pfeile haben wir? 63. Ha ha ha. Ha la 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 la. Ha la la la. Ich würde gerne das hier damit tauschen. Boah, ist das spannend, ey. Ist das spannend. 73 Blöcke. 73 Blöcke. Müssen wir was essen. Okay. Okay, es ist ein bisschen spannend. Deswegen, ähm. Würde ich mich auch so ein bisschen konzentrieren. Ich meine, wenn wir jetzt einmal gewinnen würden, das wäre ja mal richtig geil. Wie krass wäre das? Okay, da ist der nächste. Sehe ich gerade. Aber auch nicht so weit weg. Aber er bewegt sich weg. Oh, jetzt ist hier wieder hinter uns einer. Guck mal, die sind immer. Guck mal, hier wechselt das. Stehen die doch auf ihren dummen Türmen rum, oder was? Switch die... Ah, Alter! Es hat nicht funktioniert. Ich hab nicht schnell genug reagiert. Es hat... Ich kotze. Ich kotze. Es ist unglaublich. Es lief so gut, Leute. Es lief so gut. Ich bin mehr als entzückt und überrascht und erfreut. Das ist relativ gut lief. Findet ihr nicht? Auch. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Guck mal, da ist schon wieder dieser... Joker. Oh, 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 oh. Hallo, Marco. Warum haust du mich denn? Hallo? Hallo? Willst du an meine Brusthaare ran? Das geht nicht. Oh, jetzt hab ich kein Kit ausgesucht. Weil ich so abgelenkt war. Naja, gut. Boah, ich bin schon wieder ein bisschen aufgeregt. Ich muss noch einen Schluck Wasser nehmen hier. Mh. Mh. So. Weiter geht's. Fischi. Hallo. Hä? Oh, das kann sein. Ne. Ich darf nicht großschreiben oder was? Hallo. Hehehehehe. Okay. Ich hab gerade zweimal mit Ungespielt gespielt. Ja, das passiert. Das passiert. Oh, ich muss mich ein bisschen... Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Vorhin hatten wir aber auch einen sauguten Anfang. Mit dem ganzen Essen und so. Okay, ich bin anscheinend Jäger. Das ist der, der die Tiere kriegt, ne? Äh, der so viel Fleisch aus den Tieren kriegt. War das nicht so? So, lass uns mal hier hinlaufen. Dong. Die Kiste ist schon leer oder was? Ich hol mir morgen ein bisschen Holz. Wir haben einen Diamanten. Das bringt uns nicht ganz so viel. Ey, jetzt schon geswitcht? What the fuck? What the fuck? Holm wir Holz? Ich glaube nicht. Haben wir noch gar kein Holz? Warum nicht? So. Holz. Workbench. Stickies. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Problem, weil wir haben ja gar nichts. Wir haben ja noch nicht mal einen Helm auf. Wenn also jetzt ein Bogenschütze kommt, der kann uns headshotten und dann sind wir dope geblieben. Okay, immerhin können wir uns ein Eisenschwert machen. Das machen wir auch direkt. Das ist nämlich um einiges besser als das blöde andere Schwert. Trotzdem hilft das noch nicht in der... Oh, lass uns mal lieber die Workbench mitnehmen, oder? Oh, ich bin jetzt verwundbar. Wo ist der nächste Spieler? 82 Blöcke. Das ist okay. Das ist... Oh. Immer noch? Immer noch? 75 Blöcke. Okay. Okay. Wir brauchen dringend Loot. Ganz dringend Loot. Sonst sind wir gleich tot. Wir brauchen ganz dringend irgendwie Rüstung. Zumindest mal ein Hütchen. Ich brauche unbedingt einen Hut. Gib mir mal eine Kappe. Ich brauche eine Kappe. Oh, ich habe das üble Gefühl. Hier waren schon tausend Leute. Lass uns mal hier rüberfliegen. Ich habe das Ding geworfen, bevor ich geportet wurde. Und jetzt bin ich wieder hier. Und jetzt kann ich mir schön Fleisch holen. Zack. Zack. Ist schon alles gebraten. Finde ich gut. Oh, die Blumen kenne ich ja noch gar nicht. Die Sonnenblumen hier. Die sind ja hübsch. So, jetzt ist das Level schon vorbei. Die Map. Ist hier zu Ende. Deswegen müssen wir hier lang laufen. Lass uns mal gucken. Lass uns mal gucken. Wie machen wir das jetzt? Können schon mal was snacken? Wo ist der nächste Spieler? 53 Blöcke. Das ist mir nicht geheuer. Weil. Oh, hier ist noch einer. Guck mal hier. Den könnten wir aber kriegen, ne? Wir haben ja ein Eisenschwert. Na. Und er bildet uns mit einem Bogen. Okay, geil. Okay, geil. Wir haben schon mal Schuhchen. Wir haben ein Eisenschwert mit sechs Angrissschrauben. Und wir haben einen Bogen. Und hier haben wir gerade Shit eingesammelt. Alter. So. Oh, ich hab's noch. Sehr gut. Ähm. Sowas. Wir haben nur neun Pfeile. Das geht mir auf den Sack. Und wir können uns immer noch kein... Äh. Jetzt nicht geprüft, wie weit der nächste weg ist. Ja, neun Pfeile. Damit könnten wir den kriegen, Leute. Damit könnten wir den kriegen. Ich hab's eben gesehen. Oh. Yes. Wieso hab ich den Knochen jetzt eingesammelt? Das weiß kein Mensch. Oh, da könnte ich... Da könnte ich was abstauben. Oh. Yes. Nein. Wenn zwei sich streiten... Kommt der Fischkopf mit ins Spiel. Na. Der Mannschwert. Oh. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Da hätte ich nicht... Da hätte ich nicht reingehen sollen. Das war ein großer Fehler. Da hätte ich wieder auf Distanz gehen sollen. Ich hab ja einen getroffen mit dem Pfeil. Ah. Das wäre ne lustigere... Viel, viel bessere Taktik gewesen. Wir machen noch eine letzte Runde. Eine letzte Runde machen wir noch. Eine letzte Runde. Eine letzte Runde. Baba. Oh. Ich hab grad mit uns gespielt. Gespielt. Ist ja gut, Leute. Es ist ja gut. Okay. Baba. Ich fand aber eigentlich... Fand ich Jäger gar nicht mal so schlecht. Hm. Nein. Wir belassen es bei Baba. Savandel? Wieso denn Savandel? Wollen wir nicht Forest nehmen, Freunde? Forest ist doch viel geiler. Wieso nimmt er nicht Forest? Wieso nimmt er... Schon wieder Joker. Immer dieser Joker hier. Ah. Ich hab Angst vor dem. Der hat mich ja hart... Hart genascht letztes Mal, ne? Ganz hart hat er mich genascht. So von hinten. Erinnert ihr euch? Uh, 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 uh. So. Vier. Drei. Zwei. Eins. Los geht's. Ne, ist Nacht? What? Ist das das erste Mal Nacht? Für mich jetzt. Dass ich das mal sehe. Krass. Das wird hart. Das wird eine ganz harte Nummer. Eine ganz, ganz harte Nummer wird das. Aber diesmal wieder Konzentration. Ich meine, in den letzten Runden lief es ja eigentlich gar nicht so scheiße. Okay. Vorsicht. Vorsicht. Bisschen was zu essen wäre geil. Oh, der hat mich anerkannt. Eins. Eins. Komm, 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 komm. Nur ein bisschen Gold. Und wir haben es nicht mal gekriegt. Und hier, Leder. Wer braucht denn Leder? Wer braucht denn Leder? Okay. Wo wollen wir hin? Hier ist überall nur Wasser, Wasser, Wasser. Oh, Gott. Diese Map. ist eine der schlimmsten Maps, die es gibt. So, hat vielleicht irgendwer irgendwas übrig gelassen? Nein. Sieht nicht so aus. Was ist eigentlich, wenn man hier oben bleibt? Ist das ein Problem? Ist das schlimm? Guck mal, die schwimmen da alle hin. Wenn wir da hinschwimmen. Das dauert zwei Stunden. Werden wir vorher geb... Oh, hier ist Holz. Okay. Holz nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit. Das ist wichtig. Und dann können wir immer noch weiter gucken. Wir haben... Wir haben genug Gold, um uns eine Krone zu basteln. Das machen wir jetzt auch noch schnell. Kann mal jemand hier... Habt ihr dich gerade noch eine Workbench hier irgendwo hingestellt? Da hinten steht eine. Ich sehe sie. Ich sehe sie wieder abgebaut. Scheiße. Scheiße. Okay. Hier werden die ganze Zeit... Okay. Ah, Pfeile. Pfeile. Wir brauchen eine Workbench. Es ist gleich zu spät. Es ist gleich zu spät für die Workbench. Okay. Nein. 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 Okay, das war nicht so schlau von mir. Das war nicht so schlau von mir. Stirb. Okay. Nächste Runde. Die zählt nicht. Die zählt nicht. Ich hab nicht aufgepasst. Ich war wieder so aufgeregt. Ich war wieder so unglaublich aufgeregt. Oh Gott. Okay. Wir möchten Forest Hills und wir wollen das Kit Baba. Kit auswählen. Jawohl. Okay. Puh. Ich bin immer so aufgeregt, ne? Und denke mal, jetzt schnell, schnell. Mach mal hin, hin, nack. Oh, eigentlich ist es schon längst vorbei, die Folge. Aber wir machen, wir machen, wir machen eine längere Folge. Kann man doch mal machen, oder nicht? Oder wollt ihr das nicht? Möchtet ihr das nicht? Möchtet ihr das Port mit euch sein? Mit euch. Mit euch. Wird's ausgesprochen. Man, das ist schon wieder so spät hier, ne? Ich muss eigentlich ins Bettchen. Ich muss eigentlich dringend ins Bettchen, du. Oh, ich hab nicht aufgepasst. Okay, Moment. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Oh, shit, die Deli. Er hat mir meinen Asen geklaut. Ist noch was übrig geblieben? Nein, natürlich nicht. Okay. Okay. Auf dieser Map lief es ja bisher ganz gut. Wir haben, warte mal, wir haben vier Leder. Das bedeutet, wir könnten uns Schuhchen basteln. Aber sind Leder-Schuhchen besser als die Leder-Schuhchen, die ich gerade anhabe? Ich glaube, nein. Ich glaube, nein. So, was wir noch mitnehmen, ist Fleisch. Haben wir Fleisch gekriegt? Nein. Warum nicht? Arschloch. Okay. Loot, 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 loot. Ist das in der Kiste? Nein. Noch 30 Sekunden. Und dass sie auch nichts aus der Anfangskiste gekriegt haben, ne? Das macht mich total verrückt. Ist hier was drin oder nicht? Oh, fuck. Ich konnte gar nicht schnell genug. Yes. Yes. Und jetzt können wir auch noch den Rest hier rausnehmen, weil jetzt haben wir ein Mannschwert, Digga. Und das müssen wir auch gar nicht in der Halt halten, damit die das noch nicht so direkt sehen. Die Freunde der anderen hat das Kiste hier. Muss ich das mit dem Schwert machen, oder was? Okay, da mischen wir uns jetzt ein. Ja, hast Angst? Zu Recht. Diamantschwert, mein Freund. Ich habe auch noch einen Speedstein geholt. Yeah. Und der hat einen Bogen gehabt. Der hat einen Bogen gehabt. Jetzt müssen wir nur Angst haben, dass jetzt hier einer holt. Ich habe mir noch eine Falle überlegt, übrigens. Ich habe ein Diamantschwert, Alter. Da greift er mich an. Okay, aber jetzt haben wir kaum noch Leben. Haben wir noch irgendwas zu essen? Yes. Okay, und jetzt müssen wir das Ding einfach nur erstmal überleben, solange wir recoveren hier. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Lande! Lande! Oh! Das war knapp. Alter! Okay. Jetzt lad doch schneller auf. Das Leben ist doch voll. Oh. Wieso habe ich ihn jetzt nicht getroffen? Wieso fliegt er? Was ist denn hier? Geht das? Leute? Jetzt mal ganz ehrlich. Geht das? Einfach so? Dann läuft er gerade in dem Moment los, ne? Alter. Oh. Yeah! Cool. Ich weiß jetzt nicht, warum er gestorben ist. Hat er letzte Fall getroffen? Das habe ich so nicht gesehen. Aber wir brauchen mal ganz dringend Zeug. Wie viel Eisen haben wir? 18. 18 Eisen. Weg. Oh, nee. Das Eisen. Das Eisen brauchen wir noch. Das Eisen brauchen wir noch. Haben wir noch Zeit? Wo ist der nächste Spieler? 25 Blöcke! Der ist hier irgendwo. Da! Nein. Doch. Ja. Alter. Okay. Komm her. Komm her. Ich habe ein einzelnes Schwert. Yes! Oh. Wie es läuft. Sechs. Sechs verbleibende Spieler. Wo ist der nächste? 96 Blöcke. Sehr gut. Da ist ein Workbench. Ich bin halt auch nicht so gut in dem... Wieso? Achso. Okay. Hose. Weg damit. Äh. Helm. Weg damit. Äh. Äh. Milch weg. Helm haben wir. Hose haben wir. Lass mich mal hier. Ganz in Ruhe. Ganz in Ruhe. Das kann alles raus. Alles raus. Wir müssen uns neu organisieren hier. Wir müssen was essen. Da ist noch ein Spieler. Okay. Pass auf, Digga. Ich habe dich ganz genau gesehen. Komm! Ah. Das ist nicht wahr. Wo ist er hin? Ist er irgendwo? Da. Ja. Einmal getroffen. Nochmal getroffen. Zweimal haben wir ihn getroffen. Komm. Den holen wir. Den holen wir. Wo ist er hin? Ist er geportet? Ist er geportet? 40 Blöcke. Der ist ins Wasser gegangen. Ist er irgendwo im Wasser? Sag mal bitte. Ne. Da ist er. Na komm. Komm. Alter. Okay. Idee. Wo ist er? Hä? Hallo? Okay. Es tut mir leid, dass ich jetzt immer so. Immer ruhiger werde. Aber das ist so aufregend. Das ist so unglaublich aufregend. Ich habe keine Pfeile mehr. Nein. Nicht brennen. Ab ins Wasser. Ich habe kein. Oder habe ich doch? Habe ich vielleicht einen Eimer? Wasser? Ja, habe ich. Oh, fuck. Nein. 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 Alter. Okay. Ähm. Jetzt muss ich schnell recovern. Nicht, dass er mich holt. Ich habe so viel Leben verloren gerade. Alter. Äh. Nein. Nein. Oh. Komm schon. Aber ich habe schon wieder ganz schön weit geschärft, Leute. Müsst ihr sagen. Es war so aufregend. Mein Hals tut weh vor Anspannung. Es ist wirklich ein unglaublich geiler Spielmodus. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns das nächste Mal. Das war ja Fischkopf. Bis dann. Und tschüss. 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 Tschüss.